in microsoft teams haben wir auch die möglichkeit benutzer ohne aktive lizenz microsoft nutzen lassen natürlich ganz regulär ganz normal wir müssen halt nur keine extra keine extra e1 3 oder 5 lizenz für sie kaufen nur damit sie microsoft teams nutzen können um das nun einrichten zu können gehen wir einfach auf die benutzer dort haben wir die aktiven benutzer und hier gehen wir dann entsprechend auf ein mitarbeiter und unter lizenzen und apps solltet ihr nun diesen reiter haben die microsoft teams lizenz bekommt ihr automatisch sobald ihr eure eigene e3 lizenz e5 e1 je nachdem das erste mal komplett aktiviert habt nach ablauf des probe monats und danach erhaltet ihr zum beispiel auch hier diese microsoft power automatic free lizenzen in sehr großer stückzahl sollten auf jeden fall reichen aber auch hier 100 lizenzen für mitarbeiter dass die nur teams nutzen können in den anderen programm wird es probleme geben mit der lizenz aber zumindest für microsoft teams seid ihr dann damit safe es funktioniert alles regulär wir werden keine lizenzprobleme bekommen wir werden keine schwierigkeiten bekommen und so könnt ihr das ganze dann einsetzen umsetzen und euren mitarbeitern den zugang zumindest für microsoft teams ermöglichen bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020